Hallo meine lieben kleinen Kinder und willkommen zu dieser wundervollen weihnachtlichen Stimmung. Heute haben wir ein ganz besonderes Rezept auf unserem Plan. Wir machen schöne, geile Lebkuchen mit Wurst und Hackdraube. Wie war's denn? Die Wurst und der Hackdraube. Schneefleckchen weiß Röckchen hier. Ja, der kommt raus aus so ganz verderben. Wenn wir jetzt mal den May verschlossen haben, dann drücken wir ihn so ein bisschen im Backofen rein. Das ist ein Zucker überwägt. Hey, das ist ja Maeve. Okay, wir spielen TTT weiter und wir haben zwei neue Leute dabei, zum einen unseren Anime-Fan Nr. 1 sofort auf Kills stellen, Siano Kuhn. Ich möchte etwas anmerken, jemand hat etwas anmerken. Und der Assi ist dabei, wir nennen ihn Assi. Kann ich gerne etwas anmerken? Ich hasse dich. Ich möchte gerne anmerken, dass ich ein Spectator bin. Was ist da los? Was passiert? Okay, also... Wir haben es los geschafft. Maeve, komm mal her! Wie kann ich denn den TTT beitreten? Achim, komm mal her! Was? Wie den Steepern boten! Wie mach ich das? Du musst jetzt warten, die Runde. Hat die Fresse, du bist tot. Locki! Komm mal her! Nein! Der Steepern ist los! Gibt es ja eigentlich irgendeinen Detective für Maeve, ne? Maeve ist doch egal. Maeve vertraut mir wenigstens soweit. Wenn es Nutzung Steepern gibt, dann kann man mir vertrauen. Ich vertraue dir eh immer, weißt du doch, ich bin dumm. Das Traurige ist, ich habe noch nicht meine Waffe abbekommen. Ich bin auf der Suche nach einer Waffe, aber ich glaube, hier gibt es keine mehr. Du rätst mit der Popgar auf mich zu, starrt mir in die Augen. Warum geht mein Spray nicht? Hallo Zirlo! Ich muss das Spray nehmen, ich habe immer noch das. Warum geht mein Spray nicht? Geh die Gravity! Ja, Crowbar sind gefährlich. Ja Zirlo! So, wir können jetzt schon mal überlegen, wer sind die Traitor? Die kommen nicht aus dem Arsch. Hier schloss einer die ganze Zeit mit dem Popgar auf. Ich sage Zirlo ist einer. Und Johnny. Und Johnny. Ich wette, einer hatte mit der Groucho geschrien werden. Nein! Hey! Die Sache ist, ich würde ja gerne Traitor sein, aber ich habe doch nicht meine Waffe. Ah, Blocki ist auch wieder da. Hallo Blocki! Hallo! Ausgeschlafen? Ja, ich habe ausgeschlafen und bin nüchtern. Alter, was? Geht's dir gut? Sagen wir einfach, er hat ausgeschlafen. Ich bin vorhanden. Wo seid ihr denn alle? Wenn du links und rechts durch diese Schlauchwege gibst, da gibt es irgendwo Waffen. Die sind durchschen alle gelootet. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, Blocki. Warum hast du sie nicht überprüft? Weil ich gerade hochgekommen bin. Das ist Johnny, ist ein Traitor. Wo ist seine Waffe? Hat er wegen seiner Waffe gar? Da ist Asti und da ist eine... Asti und Vicky sind zusammen. Die sind mir... Johnny, war das nicht Traitor? Ja, natürlich. Ich habe Schüsse gehört. Hammer. Wer ist der Traitor? Ja. Johnny war der Traitor. Ja. Johnny ist der erste, der ist schon confirm. Der ist du. Dome ist nix, geh runter. Achso, okay. Okay, Asti ist es nicht. Ich gehe mal... Hamburgerino? Alter! Okay, es ist doch... Nein, 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 nein! Es ist Asti! Asti! Asti, ich heiße dich. Herzlich willkommen bei TTT, wo du als allerersten deinen Traitor-Kumpel getötet hast. Was? Oh, Mann! Meine Fresse! Her, 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 Atzi! Wie scheiße kann man denn sein? Er wollte... Er wollte... Kein Alibi verschaffen. Wir wollen übrigens festhalten, dass Ricky für die Rekrutierung von Asti zuständig war. Ist doch mir leid. Da kann ja nichts bei rauskommen. Das erklärt einiges. Asti ist rückgetappt und du siehst seine Freunde. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Nein, du siehst auch... Du siehst auch... Oben über dem Namen ein großes T. Oder dass unten links der Name mal Flashware stand. Okay, gut. Wirklich, hast du nicht gesehen, wie Asti mein Ding es umgebracht hat? Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der Asti ist besser als wir denken. Der wollte einfach nur ein Alibi haben. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Er teilt seinen Ruhm nicht, deswegen hat er seinen Kollegen getötet. Weißt du, wer wir ihn auch nicht mag, Peggy? Aber ich glaube, es war mit deinem nicht abgesprochen. Es waren jetzt eigentlich noch mal andere Waffen, weil ich habe jetzt gerade nur noch eine Grubber. Ich war ein wenig überrascht. Er hat keine einzige Waffe. Ich bin Detective! Hier, komm mit! Ach, sie, ich zeig dir. Also da ist ein Weg. Hallo, ihr seid meine Kinder. Eif! Eif! Ja? Warum haust du mich? Hier liegen Waffen? Ja, weil der ein Alibi will. Ach, schön. Ihr müsst auf die andere Seite gehen. Ihr müsst genau einmal ums Haus rum. Da vorne sind alle Waffen weg. Die müsstest du es gerne haben. Da vorne sind alle Waffen weg. Ihr müsst genau auf die andere Seite des Haus. Hallo, Johnny! Laut! Boah, ich schreck mich schnell! Machst du mir was zu essen? Johnny, warum ist so ein Irrer? Johnny, mach mir doch was zu essen! Nee, ich kann nicht kochen. Ich bin nicht der Detective. Ich bin... Oh, ho, ho! Mach mir was zu essen! Der Super Detective! Ich bin der Super-Weihnachts-Detective! Oh, ho, ho! Was gibt's denn hier? Hallo, Maeve! Geile Bananen aus der Mikrowelle! Ja, willkommen zu der Koch-Story! Jetzt machen wir erstmal hier lecker Bananen! Jetzt zwei! Jetzt zwei! Hallo! Hast du geschossen, Maeve? Wir treffen uns hier wieder. Ihr rennt jetzt einmal ums Haus. Wer zuerst ankommt, hat gewonnen. Und wer zuletzt ankommt, hat gewonnen. Und wer zuletzt ankommt, hat gewonnen. Maeve! Der verhält sich gerade ein bisschen ruhig. Alle Regeln sind erlaubt! Du bist Trigger-Happy! Alles ist erlaubt! Alles ist erlaubt! Du bist erlaubt! Jetzt schon nicht schon tausendmal töten können, aber du musst ein Rennen gewinnen. Ich warte hier. Wenn ich tot bin, dann ist es Maeve. Nur damit du es wirst. Scheiße! Die Maeve will hier nicht hin. Glaub Blocky, danke. Also der Blocky ist so ängstlich. Ich glaube der Blocky ist es nicht. Vicky doch Arsch! Oh Mann! Ich wurde das direkt gewinnen! Vicky war Inno! Oh, Vicky war Traitor! Oh mein Gott! Vicky hat recht! Loll! Hä? Ich bin doch jetzt raus, ein Idiot! Das war ja ein gutes Rennen! Morgi, nicht Vicky! Loll! Loll! Nein, bin ich nicht! Ich hör auf zu schießen! Warum sagst du denn? Was war's los? Warte mal! Nein! Oh, wer schießt denn da? Ich schießt hier! Das ist Peggy! Der war halt echt Traitor ohne Witz! Du bist der Andere! Nein, bin ich nicht, du Idiot! Syrlo, was hast du da gerade geworfen? Ich hab das hier geworfen! Syrlo, mate, lebt auch noch! Herr Detective, können Sie den Syrlo mal bitte was zum Heilen geben? Wieso sollte ich? Weil ich den angeschossen hab, weil ich ein Idiot bin! Ja, und weil er weiß nicht, dass du kein Traitor bist? Wieso soll ich einen Traitor heilen? Ich vertraue dir nicht! Oh, den Syrlo doch! Nicht mir! Ja, aber ich vertraue ihn nicht! Ich hab doch gerade jemanden hier umgebracht! Den Traitor hier! Achtung, da oben ist einer! Und das kann ich bezeugen! Du hast Riki getötet! Ich dachte, du hast Riki getötet! Oder Riki halt! Auf jeden Fall hab ich einfach mal getötet! Und Riki hat Mock getötet! Also bist du gar nicht so safe! Ja, der war aber nur überfordert mit der Situation! Sein Wappen bist du so nett blockiert! Wo ist eigentlich Azi? Ja, der Block in der Knöcklitz! Azi, wo willst du? Mach jetzt was! Ich bin ein ganz normaler Bürger! Azi ist tot, Leute! Sag mal doch nicht! Alles ruhig! Hallo Jonny! Ja, alles gut! Ich stehe schon seit Stunden und mach nichts! Insofern... Ja, hier passiert langsam echt nix! Entweder... Ich denke, oh shit! Es ist entweder Jonny oder Solo! Als ob! Ja, wo ist jetzt Maeve verschwunden? Wo ist Maeve? Ich bin im Haus! Wieso bin ich es denn jetzt? Dann ist es Solo! Es muss Solo sein! Und wo ist Azi? Den suche ich im Haus! Fuck it! Ja! Easy! Azi, wenn du tot bist, dann sag mal nix! Ich hab hier alle auf einem Haufen für Minuten rumsteht und sagt, Jo, und der könnte Traitor sein und der... Was ist los mit euch? Habt ihr das Spiel doch nie gespielt? Wie, was ist los mit uns? Im Gegensatz zu dir spielen wir anständigen Schießen einfach nicht! Nur weil... Riki hat... Riki hat... Ich wurde von Riki random erschossen! Weil ich das Rennen gewinnen wollte! Und ich war Traitor! Ja! Und ich hab das Rennen mitgespielt! Und wir müssen nachdenken! Und wir müssen nachdenken! Und wir müssen nachdenken! Weil er das Ken verloren hat! Ja, genau! Ich hab das Rennen nicht verloren! Ich lag vorne und Riki wusste dann schauen, wie er verloren hätte! Und Azi, wenn du tot bist, dann sagt man es! Haben wir doch gesagt, dann redet man es! Hab ich doch gesagt! Nein! Du darfst nicht sagen, dass du tot bist! Weil du tot bist! Du kannst nicht! Hat er gesagt, du bist tot? Ja, ja! Ja, ich hab sie wirklich gehört, ey! Wir meinen alle so... Wo ist Azi? Ich bin Neumann! Lass mich! Riki! Riki, bist du gerade? Ja, Azi wirklich sagt, er soll nach dem Tod sein nicht reden! Du, gerade du! Also ich hab gerade eben nach dem Tod geschrien, dass ihr mal was machen sollt! Aber das ist... Dazu steh ich! Ja, ist ja ein Problem! Riki hat gesagt, dass Azi nicht reden kann, weil er tot ist! Okay! Jetzt warten wir nach meiner Nase, Detective Sirlo am Start! Guck mir nicht, Son! doch ich habe doch gesehen ich habe nicht gezielt nein du bist draußen idiot es ist wirklich es ist ricky ich bin direkt bei johnny innocent ricky wieso bist du es weil ich das gesehen habe ich habe es gesehen ich habe doch auf dich was hat er gemacht was er hat mit er hat mit der aber auf den johnny geschossen habe ich nicht ich bin ja ich habe es gewusst ich habe es gewusst ich bin damit ich bin damit safe sag mal traiter willst du uns nicht eine weihnachtliche ricky an die decke hängen ich mache den kindern jetzt ein geschenk die werden sich freuen ja wo ist der weihnachtsbaum da ist er ja wieso stecken da stecken schule kennst du in der wand habe ich irgendwas cooles was ich geben kann da draußen gaming smg ja du kannst an der wand ich würde sagen dass er klickt auch nach ihm übrigens hat er noch einen schuss jetzt sogar noch einen schuss und rechnen ich bin safe und morgen ist safe ich habe das gesehen du hast gar nichts gesehen ich bin ja auch so genau und also noch alle auf dem haufen da nicht alleine warum hast du nicht die die hat ich hatte keine points mehr für die hat deswegen war keine scheiße ich habe jetzt sowohl blocky als auch ricky genoscoped profi kann ich jetzt nur sagen wer da morgen gericht dankeschön möge die macht mit morgen ich trage jetzt eine pistole ja also nicht mich einfach umbringen nur weil ich eine pistole trage morgen ich trage eine pump gun ok ja ich will auch eine pump gun ich weiß nicht wieso ja dass ihr ihm alles sagt aber okay macht doch ein rap album eine pistole muss ich ankündigen weil moggi twittelt mich einfach wenn ich eine pistole trage so klingt der pappgarten obet ich will kurz meine shotgun aus dem regal ratatatatatatatata verstehst du das nein ich glaube nicht dass du verstehst ist sein das gentleman oh nein oh nein Johnny und Keggy in einen Raum, das kann nicht gut gehen. Hallo Leute, ich bin zuhause, meine Kinder. Jetzt wird's Geschenke ausgepackt. Oh nein! Wieso schießt der? Moggy, was machst du da? Mavis ist Mavis ist Mavis! Wieso schießt du? Wieso schießt du? War er Traitor? Ne, war Inno. Riki war Inno. Alter Moggy, was ist das? Du verziehst dich jetzt aus meinem Wohnzimmer. Das ist aber mein Wohnzimmer. Ich will doch meine Geschenke aufmachen. Ok, hol sie dir. Ich hol mir mein Geschenk erstmal. Äh, falsches Ding. Ja, hol's dir. Hä, warum? Ich kann das nicht. Oh Leute! Du bist übrigens reingerannt, möchte ich anmerken. Drei hier. Raus aus meinem Wohnzimmer! Wer hier drin bleibt. Alter, was ist mit dir los? Du bist Detective. Hallo Azi. Riki Spray. Das ist gut. Der Azi ist mein bisschen Trigger-heavy. Johnny, du verziehst dich jetzt, weil du einen scheiß Sprayer gepackt hast. Ja, das ist unser Wohnzimmer, Johnny. Du gehst auf, Lockie. Ich dachte, das wäre unser Wohnzimmer. Das ist mein Wohnzimmer. Oh, was ist denn los? Wenn man mit der Explosion dann entscheidet. Weißt du was? Ich will's nicht mehr. Dankeschön. Das ist auch mein Wohnzimmer. Was macht der da? Fuck. Lockie, kannst du mir das erklären, was du an die Wand gemacht hast? Zyolo, was machst du hier bitte? In meinem Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer? Das ist mein Wohnzimmer. Kannst du mir das erklären, was an der Wand hängt? Warte mal, sind alle tot? Warte mal, sind alle tot? Was ist da an der Wand? Was ist da an der Wand, Lockie? Er hat mich geschossen, helf mir. Der Detective! Nee, warum so verwundet? Setz dich, komm zu mir. Komm mit. Wo bist du? Komm ins Haus. Komm, Kay. Das ist schon dünn, einfach nur. Wie liege ich denn da? Nee. Oh. Richtig unentspannt. Die Rainbow Gun ist nie die beste Idee. Und ja, mir ist aufgefallen, dass Simon mehr was geredet hat, als ich dir gefolgt bin. Aber ich mag den Keller eigentlich ganz gerne. Ja. Ihr seid tot. Der Grimwester würde sagen, das Fleisch ist gut abgehangen. Richtig geil hängt es da. Pssst! All die Worte. So. Fehlt noch ein Küken. Geht der Radar inzwischen? Blocki? Ist das überhaupt Blocki? Nee, Azzi ist das. Azzi. Azzi? Ja? Bist du im Haus oder draußen? Das darfst du ruhig verraten. Da hat mich gerade schon jemand verraten. Drei Stunden später. Dann könnte Azzi jetzt alles erzählen. Es ist eine Regel, dass du mir jetzt sagst, wo du bist. Genau. Das ist ein Regelwerk, dass du das sagen musst, ne? Mhm. Oh Mann, Azzi. Du bist im Haus, oder? Mhm. Gut. Kalt. Kalt. Ruhig. Halt die Fresse. Ja, wachst du Leute, die klären das unter sich. Scheiße. Kämper. Ja. An dem Mädchen halt die Fresse. So eine Scheiße. Hm. Funktioniert das, oder sterbe ich dann? Ich teste das einfach mal. Hat es funktioniert? Azzi, komm nochmal jetzt bitte. Ja, ich bin im Haus, wo soll ich denn sonst... Der trefft euch jetzt draußen! Ihr geht beide raus! Nein! Alles klar. Dankeschön. Habe ich noch genug Zeit? Johnny, was war das eigentlich? Wo ist der Keller? Du stehst da, guckst irgendwie eine Minute lang die Leichen an der Decke an und dann gibt's dich gar nicht. Ja, das war nicht sicher. Dann kommt einmal eine... So. Alter. Leute, hast du weiter Arbeit, Alter? Ich hab's gestaut, die ganzen Strophäen. Mephises, 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 Mephises und niemand reagiert. Ja, ich hatte keine Waffe und ich wusste nicht, wo Mephis ist und dann hat er mich erschossen. Und dann stand es eine Minute lang als Leichner gekauft. Ja, ich musste sein Werk betrachten. Und jetzt fange ich die Runde an mit einer Diskumbulatum-Granate und mehr nicht. Ja, das ist fair. Mephises, hast du was? Ich glaub der Mock ist Traitor. Äh, äh. Weißt du, wer Traitor ist? Mephises, ein Traitor weiß ich immer, wer der einfach Traitor ist. Mephis, mhm. Wo bist du? Ich hab ne Waffe für dich. Ich hol grad ne Waffen. Oh, Johnny is detective. Also Johnny. Ich hab ne 1a Waffe für dich. Ich bin Traitor, Leute. Ich stelle mich selber. Scheiße, hier gibt's auch nur ne Waffe. Hier, Mephis, komm zu dir. Ich geb dir ne Waffe. Oh je. Hallo, Keggy. Hi. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es Keggy. Mephle, Leute. Das ist echt cool. Ich hab auch Angst. Ich hab auch Angst. Hier noch Waffe. Da. Viel Spaß damit. Leute. Wollen wir ein Spiel spielen? Ja. Ja. Ich hab unter euch zwei Traitor versteckt. Ich sag aber nicht, wer das ist. Bei was? Hast du grad die Axt an mir geworfen? Nein, ne? Ich hab unter euch zwei Traitor versteckt. Ich sag aber nicht, wer es ist. Hey, hier läuft ziemlich viel rückwärts. Ich hab Angst vor der Axt. Ich glaub dass die Sache die Traitor machen. Das ist mit Magneto Stick unterwegs. Fast so als ob er seine richtige Waffe verstecken würde. Ich hab ihm grad die Axt mit dem Magneto Stick gegeben, Mann. Wo ist Johnny eigentlich? Aber wechselst du in die Waffe nicht. Ich chill mein Leben. Wieso sollte ich? Ohne Johnny hat sich drauf. Nein, von dem kann ich was bauen. Wieso sollte ich? Mogi, ich trage irgendeine Pistole, weil ich keine andere Waffe habe, ja? Er ist ein Stranger. Er versteckt nur seine Silence-Avp. Ich hab nämlich noch gar nicht. So losgust du mich zufällig, um mich zu töten? Wenn du gar nicht mehr kriegst, dann kriegst du gar nicht mehr. Normalerweise sind wir hier rum, aber... Fuck. Ach, mit G-Sprate war nicht. Lol. Wow. Wow. Ich hab nicht geschossen. Das war eine Silence, oder? Was passiert? Das war eine Silence. Alles für die? Nein. Ich hab auch nur ne Pistole, hast du gerade gesehen. Hallo. Ich hab ihn angestrahlt. Angestrahlt? Das war eine Silence, oder? Certifizieren doch mal. Das war eine Silence. Angestrahlt. Hallo Gergi. Hallo Blocki. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Auf dem Dach ist einer. Oder da oben. Das bin ich. Hallo. Also. Hey, warum schießt ihr auf mich? Wie kommt man denn überhaupt aufs Dach? Hallo. Lass mich. Ich bin kein... Wie kommt man denn überhaupt aufs Dach? Ah! Riki! Alles klar. Keine Munition mehr! Ehrlisch! Jetzt aber! Es ist so klar, dass es Riki ist. Es ist immer... Wo ist Riki? Scheiße. Ich hab hier Blut gefunden. Ich find euch. Ich find euch. Da ist er. Der ist es. Er hat auf einmal auf mich geschossen. Der ist einfach Walder. Sag. Ich seh einfach niemanden. Das sollte hier mal raus. Riki war innocent dein! Oh shit! Der war auch innocent! Jetzt hat der Riki... Jetzt hat der... Du bist tot, Alter. Jetzt ist fucking Blocki. Alter Kriegi. Alter! Wo kommst du auf einmal her? Der Riki hat einen Sylhorn geschossen. Da dachte ich... Der wäre... Maeve? Ja? Ich bin es wirklich nicht. Ich kann niemandem vertrauen. Glau... Glaube niemals einem Affen. Das ist... Ey. Ich hab grad... Vertrauen niemals einem Affen. Der einzige, der ich traue, der liegt hier. Und der kann mir nicht mehr helfen. Ey, ich hab Riki getötet, weil der Solo getötet hat. Wobei, doch Flash... Flash kann man ja auch trauen. Ah! Kacki ist es! Kacki hat einen Melonenluncher! Wurzeln! Das ist gar nicht! Das ist eine dreckige Lüge! Tötet ihn! Das ist schon... Wo bist du? Ich hab nichts getan! Ich habe den Melonenlunch einfach nur auf der Straße gefunden. Ich hab ihn aufgehoben. Ich vertraue. Ich hab ihn benutzt. Wo bist du hingelaufen? Ah! Nein! Oh mein Gott! Ist er tot? Okay, Kacki war Traitor. Gut. Dann können wir bei uns drauf gehen. Das hab ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet. Hast du ihn identifiziert? Ja. Maeve, ich hab trotzdem noch Angst vor dir. Nee, ABP ist leider leer. Schade. Wer lebt denn noch? Wenn es nur Maeve ist, oder ich? Aktion-Blocki. Laut meiner Liste. Ich glaube, du hast. Loil! Wer hat denn den Virtual Reality-Ricky hier? Warum schießt du einfach auf mich? Weil ich Bock hab. Ja. Geil. Wieso wärst du dich nicht, wenn du Tricksal bist? Wie er doch da liegt mit seinem abgewickelten Arm. Oh! Dieser Tod war entwürdig! Oh! Hättest du dir Waffen verkaufen können, Ernst? Maeve, ich hab nicht gelogen. Ja, auf Hashtag C. Auf Hashtag C. Genau. Auf Hashtag C. Ich wollt den Pisser von hinten erschießen, wenn du mir vertraust. Aber ich hab die Strassen im Flank-Ranty erwischt. Nee, Maeve, du warst auch ganz, ganz klar Glück ab. Ich hab von Antje einfach von hinten erschossen. Ich hab nur Silo gesehen. Mit AWP. Und da fand ich mir einfach gut ab. Danke, danke. Danke. Letzte Runde. Jetzt schon? Hm. Mich hat irgendein Haufen Scheiße mit einer Silence AWP gewonnen hättet. Das war ich. Ich hab nichts. Alle Waffen wurden wir weggeschossen. Ich hab da hinten eingesehen, dann hab ich einfach mal oben eingesehen. Ich hab einfach nur random draufgeschossen. Oh Johnny, das ist ja schade. Da waren ganz viele Leute neben dem Schneemann. Da hab ich einfach draufgeballert. Danke für dein Mitgefühl, Silo. Bitteschön. Mit Silo, mit Silo, mit Silo. So, so. Uh, hier ist ein Billardtisch. Uh. Das ist mal auch eine Billardtisch. Aber ich will dich früh entdecken. Baaah. Meine lieben Leute. Hallo so. Du bist ein Tech-Tiff, Alter. Was beschäftigt. Willst du was zu essen, Darwin? Ah, Keggy, geh weg. Geh weg. Ich will doch noch rein. Ich will doch noch rein. Ich will doch noch rein. Ich will raus. Hallo. Guck mal, ich hab hier eine Banane. Alter, der hat eine Banane. Jetzt kriegst du erstmal eine Banane. Ja, lecker. Was hat er weggeschossen? Ja, lecker. Scheiße, Keggy. Ich hab grad nicht die Banane weggeschossen, ne? Ich hab grad nicht die Banane weggeschossen, ne? Ich hab grad nicht die Banane weggeschossen, ne? Ich hab grad nicht die Banane weggeschossen, guck dir sie nicht. Aua. Geh weg, geh weg, geh weg. Das wär ja tragisch. Ja. Mock, ich bin hinter dir, ne? Ich weiß nicht. Ich dachte mir, wenn ich weiter weg willst, ob und mich nicht umdrehen geht, dann bestimmt weg, also das hat er nicht. Soin Rücken kommt mir mal her. Das wär sehr unangenehm. Oh nein, oh nein. Ich hab hier auch seine Waffe im Rücken. Und auch woanders. Mir fällt grad auf, die letzten beiden Folgen waren sehr weihnachtlich, ne? Geh doch mal weg, Keggy. Geh doch mal weg, Keggy. Ja, man muss halt dem heißen Wetter entgegenwirken. Das ist gar nicht mehr so heiß. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Okay. Es hat funktioniert, Mock. Auf jeden Fall, Trailer. Hallo, kannst du mal bitte raus, nicht zu ziehen rein und bade? Hallo. Wie Spaß mit meiner Kacke. Ratsio, verzief sich jetzt. Die Tür bitte zumachen. Geh nicht zu. Geh nicht zu. Geh nicht zu. Ich hasse Menschen, die die Tür nicht zumachen, wenn sie aus dem Zimmer rausgehen. Hallo. Müsst ihr jetzt mit mir alle beim Baden zugucken? Klaus, alle beim Baden zugucken. Wir gehen dir nicht zu. Der Nächste bitte. Wir warten zu. Weiter durch. Weiter durch. Weiter durch. Ich hab Angst in die drinnen. Ich hab Angst in den Raum. Lass mich raus, Rikki. Klär das. Bitte. Hä, was ist denn hier los? Rikki lass mich raus, bitte. Rikki will sterben. Klärt das. Bitte, Rikki lass mich raus. Lalalalalala. Hallo, Mocki. Da haut der ab, ne? Oh, Rikki sitzt da näher. Ja, das ist ein Turret. Ich hab ein Turret gehört. Der ist unten. Wo ist ein Turret? Wo, wo unten? Kann man jetzt die Tür zu gehen? Die Tür geht gar nicht zu. Ich glaub, Johnny war es. Der Mocki war auch nicht hier. Alter, aua, aua. Ich hör da wie jemand schießt. Alter, bin ich. Äh. Ich glaub, es ist Mocki. Sag das doch, dass das in der Mitte ist, die Idioten. Hier, hier, Mocki. Alter, was willst du? Hör auf damit. Alter, hast mich doch gerade vor dem angeschossen. Ich hab ja alles ein Fenster des Kampfs da drüben. Was ist das? Was ist hier los? Macht der Turret. Deine Eskalation. Loll. Alter, was ist hier denn hier? Macht der Turret auf Trainern Schaden? Macht der Turret auf Trainern Schaden? Ist die da, wo die Action ist? Hallo? Macht der Turret auf Trainern Schaden? Wow! Was geht hier ab? Was hast du da vorgehabt? Den ersten, den ich seh, ich töte ihn. Was geht hier ab? Den ersten, den ich seh, ich töte ihn. Den ersten, den ich seh, ich töte ihn. Scheiße! Mir egal, wer du bist. Komm her. Ist das kecky? Ist das kecky? Ne, okay, ist das nicht kecky. Ich hab mal Johnny. Ich hab keine Waffe. Ah! Scheiße. Nein! Ich bin zur Scheiße! Er ist Eno gewesen. Warum? Warum? Wer lebt denn noch? Ich töte einfach den nächsten, den ich sehe. Das ist meine Taktik. Diese Detektivwaffe. Oh shit! Die Scheiße! Ja, Mann! Nice! Kegi, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Schut mal an die Freunde. So warst du den Part heute. Kegi hat auch nicht einfach angeschossen und fast umgebracht. Und dann hat mich Maeve umgebracht. Juuu. Möchte ich mal anmerken, nachdem ich einen Traitor umgebracht habe. Warte, ich möchte kurz mal Geschichte erzählen. Ich bin ins Fenster gegangen. Tschüss. Hat nichts gemacht. Kegi hat mich fast angeschossen und hat mich fast umgebracht. Bis zum nächsten Mal. Dann hat mich auch einen Traitor erschossen. Und dann hat Maeve mich erschossen. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.